Der FC St. Pauli und Hansa Rostock trennen sich 1 zu 0. Ein wichtiger Sieg im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg für St. Pauli. Allerdings muss man sagen, ist der Sieg vielleicht etwas unverdient, gerade aufgrund der ersten Hälfte. Der Rostock hat in der ersten Halbzeit eigentlich fast das Spiel alleine gemacht, hatte die Möglichkeit, in Führung zu gehen, hat diese allerdings überhaupt nicht nutzen können. Und Pauli hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn man zur Pause in Rückstand liegt und das zu Hause. Die waren gerade in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht präsent. Man hat das Gefühl, die waren völlig unter Druck, haben sich völlig einschüchtern lassen. Und so haben sie auch gespielt. 0 zu 0 der Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte hat man gleich gemerkt, das muss eine richtig fette Ansprache gegeben haben in der Kabine für St. Pauli. Und die haben gleich viel besser gespielt, hatten mehr Ballbesitz, mehr Chancen und so was. Dann nach einer Ecke Jackson Irvine, der das 1 zu 0 machte. Ein bisschen Glück war dabei, der Ball war abgefälscht, der Kopfball. Aber das interessiert keinen mehr. Keulke konnte nichts mehr machen, hatte vorher noch glänzend pariert, aber konnte nicht mehr reagieren. Somit 1 zu 0 für St. Pauli. Rostock hatte noch ein paar Gelegenheiten, aber die bessere Mannschaft war St. Pauli in der zweiten Halbzeit. Und ich würde sagen, in der zweiten Halbzeit geht der Sieg absolut in Ordnung. Vielleicht wäre insgesamt ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen. Rostock hat mal wieder kein schlechtes Spiel gemacht, nimmt aber wieder keine Punkte mit, was im Kampf gegen den Abstieg natürlich nicht hilft. Und die anderen müssen ja auch noch spielen, beziehungsweise spielen noch. Also Glückwunsch an Pauli. Ein wichtiger Schritt in Richtung Bundesliga und für Rostock ein ganz, ganz bitteres Spiel. Wie fandet ihr das Ganze? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonnier nicht vergessen. Bis zum nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Video.